Hallöchen, heute ist der 27. Oktober und somit kommt heute das 9. Päckchen zum Halloween Kalender oder die 13 Tage 13 Days to Halloween Für mein Wichtelkind gibt es heute in ihrem Kalender ein Tag Flip und zwar mit lauter kleinen Halloween Tags dran die wo sie dann nachher überall weiter verwenden kann Ich blätter einfach mal mit euch so durch, was da alles so dabei ist Happy Houndings Ach, das kann man immer mal brauchen, das kann sie vielleicht auch selber irgendwann mal an einen Halloween Adventskalender hin machen das ist ein Filzhut und das ist so Glitzer Moosgummi und das ist Ig und dann wieder Bu Ich finde die ganz nett dann gibt es hier dreimal dieses Happy Halloween ne, viermal in Orange und dann dreimal das Trigger Treat und dann noch zweimal den Totenkopfschädel ja ja das war jetzt heute wieder ein bisschen ein kleineres Kalendertürchen ich hoffe es gefällt ihr trotzdem und sie kann trotzdem was damit anfangen ach so und im Goodie Päckchen, da gibt es heute das kann ich jetzt nicht unbedingt rausholen da gibt es ähm Stansteile und zwar Fledermäuse eine ganze Tüte voll verschiedene Größen verschiedene Flugrichtungen verschiedene Flügelrichtungen in diesem Silber-Holographischen Papier und in Schwarz das ist das Goodie für den 27 Stern Oktober ich hoffe es wird ihr gefallen so das ist das ganze verpacken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und noch vier Tage bis Happy Halloween